Ich kann keine Kritik äußern. Dann habe ich irgendwann Jude kennengelernt und der hat dann gefragt, hast du Bock bei einem Video mitzuspielen? Und dann war ich so, ja sicher, klar, dann bin ich nichts ahnend zu diesem Videodreh gefahren. Und holy shit, die Production Value, die Production Value bei seinen Videos ist, also, I don't know, man. Was zur Hölle, wie viel Detailliebe bei diesen Videos dabei ist, wie viel, auf wie viele Dinge geachtet werden muss, wie viele Leute an einem Projekt mitarbeiten. Das ist, das ist gar nicht mal so wenig, wie man denkt. Es sind so viele Leute hinter der Kamera, die dir dann sagen, was du tun sollst, dich da einleiten, das machen, dies machen. Du hast ein Skript, du hast, äh, es ist so krass. Lassi, danke schön für sechs Monate. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt, ähm, auf das Osterhasen-Video. Und, äh, es ist vor, äh, 24, nee, es ist sogar, doch, vor 24 Stunden rausgekommen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal rein. Vergebt mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Was ist denn deine Sünde, mein Sohn? Ich habe getötet. Getötet? Welch schweres Vergehen, aber wen denn? Die ganze Welt. Alter, das ist ja wie bei einem Hollywood-Film. Ich kann das nicht! Die ganze Welt? Ein bisschen theatralisch, oder? Nein, ich meine es so. Es gibt ja diesen Stein, aber ich habe es vermasselt. Nur weil ich meinen Zorn nicht im Zaum halten konnte. Du sprichst von dem Stein, der auf deinem Herzen lastet, richtig? Nein, ein echter Stein. Keine Metapher mehr, Vater. Ich merke, es ist immer noch diese Unruhe in dir. Liegt es daran, dass die Leute den Osterhasen nicht genug wertschätzen? Die Leute müssen den Osterhasen lieben. Doch sie schenken mir nicht mal Respekt. Ich meine, erst letzte Woche. 2,48, 2,49, 2,50. Ey, mach mal hinne! Ich will hier nicht verhungern! Was? Ach Mist, jetzt habe ich mich verzählt. Noch mal von vorn. Willst du mich verarschen? Ach, der Osterhase. Typisch, dass so ein C-Promi wieder einen Lauten machen muss. C-Promi? Wohl eher D. D wie Dschungelcamp. D wie damals warst du besser. D wie deine Mutter? Was wollt ihr alle von mir? Ich will doch nur meine Kackwurst. Du bist eine Kackwurst. Mama! Du bist eine Kackwurst. Wie geil! Warum sind die alle so gemein zum Osterhasen? Weil der Santa ihn zerstört hat, mein Schatz. Ach, so schnell kann es gehen. 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 Meine Tasche! Meine Tasche, bitte! Helf mir, mein Handy ist da drin, mein Geld ist da drin, meine Bankkarte. Ich rufe die Polizei. Nein, bezahlen Sie endlich Ihre scheiß Wursten. Mach doch was! Was steht dir da so rum? Oh Gott. Komm, wir gehen jetzt. Die Wurst war eh nicht halal. Nächster! Ach, lauf mir. Die haben aber auch, die haben teilweise so ein krasses Talent dazu, äh, auf so Wortwitzen aufzubauen. Wie mit dieser Kackwurst. Du bist der Kackwurst. Ist einfach dermaßen geil. Aber das ist, äh, Vic, ne? Ach, krass. Er wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ihr das nicht gesagt hättet. Mich raten. Es sind wahrscheinlich so viele Leute dabei, die mir jetzt nicht auffallen werdet. Wenn ihr irgendwen seht, der mitspielt, dann schreibt es bitte rein. Ich bin, ich bin komplett gesichtsblind. Ich sehe gar nicht, wer da mitspielt. Du magst auch Bratwurst? Wenn mich die Wut überkommt, fällt es mir schwer, mich zurückzuhalten. Aber das ist schon eine Verbesserung zur Woche davor. Du packst nie wieder auf zwei Packplitzen! Okay, ich verstehe aber noch nicht ganz, wie das jetzt mit dem Untergang der Welt zusammenhängt. Kommt jetzt. Ich habe nur eine blöde Wurst, ich habe mich nicht durchgemacht. Ich habe eine blöde Frau. Das sollte diese scheiß Steil in den Kopf sein. So, du gehst wieder zurück an den Platz. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warum werde ich nur so schnell wüten, Vater? Vielleicht, weil sich keiner mehr für mich interessiert? Oder weil mein Osterlar mit Raub dem Rentier durchgebrannt ist? Es wird wieder Zeit für einen richtigen Banger. Der Hase braucht wieder eine Bühne. Die Leute müssen ihn wieder lieben lernen. Jetzt, Dicker. Ostern ist doch nichts vorbei, Mann. Außerdem haben wir kein Budget für dich. Und ich brauche ein krasses Feature. Bräute, Karten und eine fette Filmcrew. Piss dich. Na gut, ich schicke dir die beste Filmcrew, die ich habe. Ist gleich da. Ja, den kenne ich. Da steht auch Sido drüber. Freunde, natürlich weiß ich, wer Sido ist. Natürlich weiß ich, wer Sido ist. Spätestens seit dem Date mit Milchbaum weiß ich, wer Sido ist. So, moin moin, deine Filmcrew ist jetzt da. Wen schickst du mir hier? Ich habe gesagt, eine fette Filmcrew, kein Ghostbuster. Mann, jetzt halt dein Maul und rapp den Scheiß einfach runter, Mann. Ja, ja, ist ja gut. Ich mache schon, ich mache schon. Original Bad Bunny, Baby Baba Balavito. Laut jene Stani Party wird direkt auf Fake Show. Morgen ist mehr Opfer als bei Tarantino. Weiß wieder Hase, Läufer, so gib mir das Mikro. Ich vernichte mehr Gras als Snoop Dogg. Du schaust zu, wenn ich moves in der Blutrock. Pullen Pooft, aber Fell ist gut, so. Double Time, bist so gern das Blutkoch. Niemand hat dickere Eier, gibt keinen zickeren Reimer. Kapitisch, bitte, geht keiner, wenn ihr reibt. Ich bin leider, Mann, ich reden von Heirat. Aber muss jedes Mal weiter beknete, kommen die Deine. Abit ein älter, ne Dreier. Aber vielleicht geht euch das alles zu schnell. Shit. Für dich kurz in Pause, aber ich bleib immer top. Feedback mit dem Beatrap, mit Juni. Dafür wird gehackt Energie, wenn ich diese Rhymes drop. Mann ist für ein Hüllenküte. Sie fragen, wer ist der Dude, der Dude, der Dude. Lassen ihn mich in Ruhe. Während du Eier suchst, sie sucht, sie sucht. Ring, ring, wake up, call, es geht wieder los. Win, win, for all, Hase, bringt wieder groß. Schwimm im Erfolg und jetzt genieß die Show. Doch lass deine Pfoten vermeiden. Der Girl will mich streicheln, dann würd ich noch bleiben. Und du schaust ihr leider nur zu. Sie will mir was beichten, will nicht, wie du heißen. Ja, das weiß jeder außer du. Ich box wie Mike Tyson, du saugst wie ein Dyson. Und hast ein Julienko-Tattoo. Revi klaut Preise, weil er hat ja keine. Sein Content einfach nicht so gut. Ein fieses Kaliber von einem Pizza-Track. Auf repeat, immer wieder, es geht niemals weg. Doch ich spiele viel lieber mit meinen Easter Eggs. Die für mies per Wackel wie Giga-Track. Kommt doch, non-stop, high vor den Jumps, wie ein Crop-Chop. Voll Bock, Hotbox, jeder ruft an, wenn der Song droppt. Ring, ring, wake up, call, es geht wieder los. Win, win, for all, Hase, bringt wieder groß. Schwimm im Erfolg und jetzt genieß die Show. Doch lass deine Pfoten vermeiden. Hey. Wer ist der Holy, motherfucker, der für heute besucht ist? Welcher gut aussehende Baller ist mit seinen Jüngern, yeah. Wer ist der Typ in der Hobe, mit dem sexy Bart? Warum sieht der aus wie der Messias? Der ist ein Dach. Oh Gott. Es ist der zum Gottes, der frisch wiedergeboren auf deiner Party einfach reingeplatzt kam. Und das Heizungswasser aus dem Hahn einfach zu wein gemacht hat. Ich mach das scheiße drunk, Mann. Ja, dann sauf noch mehr. Und das Sachtag, Mann, wir feiern. Lass dich auf, wer steh. Zwölf Jünger, komm, um deine Brude klein zu schlagen. Okay, elf Jünger, denn nur das ist nicht eingeladen. Mann, ich chill mir, meine heiligen Eier. Ihr feiert alle mein Geburtstag, wenn ihr Weihnachtenfeier schuld. Ich surfe ohne Blatt und burn, mein ganzes Cash. Ich geb richtig Feuer, mir ist nicht zu teuer. Denn ich stopfe meine Jimmis mit der Kirchensteuer. Seitdem ich tobe, bin ich doppelt so bekannt. Und ich pose oben ohne an dem Cross an deiner Wand. Und als Tor werde ich erkannt, hab ich die Daunen-Krone an. Ich sage, reingeguckt, durch das Loch in meiner Hand. Jeder weiß, wer der Coolste ist. Ey, der Coolste ist, der tut am Kruz, ich blickst. Komm, Jaxi, auf die Body, heißt, jetzt alle gehen steil. Und wenn du morgen einen Cutter hast, dann kann ich dich heilen. So nett, it's a wrap. Ab in die Maske mit dir, Tee. Oh mein Gott, wie viel ist denn in diesem Lied passiert? Ich wollte ungefähr 25 Mal kurz anhalten, weil einfach so viel passiert ist in diesem Lied. Hä? Wie gut ist das denn gemacht? Und wie viele Leute sind bitte aufgeteilt? Aber ich weiß nicht, wer diese Frau ist, die so unfassbar geil singt. Das ist ja... Das ist ja... Ihre Barts waren ja einfach nur Feuer. Ellie, kenne ich leider nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, weil ich keine Ahnung habe, wer sie ist. Eine Deutschrapperin. Das bist doch du. Ja, genau. Nein, ich kenne Ellef nicht, weil ich keine Musik höre. Deswegen bin ich... Ich weiß, dass es noch nicht ganz durch ist. Chill, chill, chill. Aber ich würde gerne ein bisschen... Ein bisschen durchgehen. Denn... Ist das die von Sido? Kein blassen Schimmer. Aber Ellef... Also wenn ihr Bock habt auf gute Musik, dann guckt doch bei Ellef vorbei, weil... Wie schön sie singt! Wie gut ihr Part war! Und wie viele verschiedene Dinge hier einfach passiert sind. Und dann war hier Taddel? Und seine... Sein Part war ja auch so krass gut. Ich schwöre... Dann müssen wir auch gleich nochmal so ein bisschen... Ähm... Mauki hört nur das vorige Zwitschern in ihrem Wald. Ich bin wahrscheinlich die langweiligste Person auf der Erde. Aber... Ähm... Ja. Gucken wir einfach mal weiter. Hier hat's aufgehört mit Jesus. Es ist einfach Taddel als Jesus. Ich kann nicht mehr. Gut. Weiter geht's. Nächster Schuh steht eine Anlass, rappen eine Meerjungfrau. Dort gibt es doch endlich mal Catering. Haben die da... Nudeln? Ja, sogar glutenfrei. Nice. Wieso hat dieser Mann so eine tiefe Stimme? Ab in die Maske mit dir, Tee. Nächster Schuh steht eine Anlass, rappen eine Meerjungfrau. Dort gibt's doch endlich mal Catering. Haben die da... Nudeln? Habt ihr da... Nudeln? Ja, sogar glutenfrei. Nice. Der Osterhase hat einen neuen Track rausgehauen, aber leider hat ihn kaum einer mitbekommen. Sein Comeback wurde völlig in den Schatten gestellt, denn wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, als ich mit all meinen Videos zusammen. Scheiße! Mann, und was war das überhaupt für eine bescheuerte Idee mit diesem Rapper, der da einen auf Jesus gemacht hat? Du hast doch Jesus gesagt! Digga, ich hab Jesus gesagt, nicht Jesus. Der Julia Berdix ist schuld. Oh, Digga, hör mir auf mit dem anlegen, der muss sich dreimal meine Nummer wechseln. Ach ja, Digga, ich bin jetzt nicht mehr dein Manager, Digga. Ich helfe jetzt Digga Elif bei ihrer Digga-Tour, Digga. Was? Tja, so schnell kann's gehen. Digga. Dieses, so hören sich für mich Leute an, die Digga sagen. Genau so hören sich Leute für mich an, die Digga sagen. Kein, kein Front an Kalle, aber so hörst du dich an Kalle. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Ich muss mal ganz wehren. Yeah! Der Stein! Nein, 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 nein! Scheiße. Fuck. Er kommt. Wenn der Stein zerbricht, kommt das Böse. Aber es gibt einen Weg, den Stein wieder zu versiegeln, Vater. Der Asiate. Ah, das Pergament. Warte so, wenn da das Schiff geht. Ist das euer Notfallplan? Behüte es. Erzähl niemanden davon. Du hast nichts gesehen. Ich bin ja auch Brit, aber zum Glück bin ich kein Asiate. Ein paar Fallen wären nicht schlecht. Ich habe noch Giftspfeile mit Brütshausen in der Katanrische Mauer entdeckst, damit gehe ich dem auf Hasenjagd. Siehst du, Hase. Noch einer, der dich nicht leiden kann. So schnell kann's gehen. Bei seinem letzten Track hat Santa versucht, uns Brüder wieder zu vereinen. Alle anderen haben eingeschlagen. Nur ich nicht. Wieso auch, Vater? Die erhalten doch eh nichts von mir. Umso wichtiger, dass sie nie erfahren, dass ich als Wächter des Steins versagt habe. Ich werde es alleine in Ordnung bringen. Okay, schnell zum Pergament. Ey, Hase! Hä? Was seid ihr denn für welche? Denkt ihr, es ist Karneval? Wir wissen, dass du den Stein hast. Der gehört uns. Her damit! Frech, dass ich sowas in meinem Alter noch erleben muss. Na gut, ihr steht also auf Masken. Schaut mal, ich habe auch eine. Wie gut sind diese Effekte denn bitte? Ich raste aus. Für so'n YouTube-Video, weißt du? Hase overnight taugend. Aua. Komm her. Los, sag, wer zickt euch an. Ihr seid bestimmt super hässlich unter den Masken. Geh mir aus dem Weg. Knie. Friss Katz. Wetter. Jetzt siehst du die Karotten von unten. Hine, meine ... Wetter. Diese sand ist da. Um, 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 um. Cause I don't know, what you're looking for. Oh, and I don't know, what to do. heilige scheiße wie cool ist das denn bitte geworden es ist so krass das ist doch einfach nur krass es ist ja wirklich wie so wie so ein trader für einen richtig krassen film und ich muss sagen Gronkh hat wirklich viel dazu beigetragen weil der hat diesen diesen also für den pater war der wirklich die perfekt der perfekte part und tunnel war ja also tunnel ist ja der perfekte jesus richtig abgeliefert das war so cool es war so cool weswegen ich ja auch hier nach dem video halt gemacht habe weil hier einfach so viele kleinigkeiten waren die die man wahrscheinlich erst beim zweiten mal gerafft hat ja ja ist ja gut ich mach schon ich mach schon original bad bunny baby baba balavizo laut jene stanni party wird direkt zur fikshow morgen ist mehr opfer als bei tarantino weiß wie der hase läuft und so gib mir das mikro ich vernichte mehr gras als snoop dog du schaust du wenn ich muss in der booth rock pullet proofed aber fäll ist gut soft double time bist sogar das blut koch niemand hat dickere eier gibt keinen diese auto schotzen diese auto schotzen weisen so geil auch einfach dieses langsam daneben her fahren so gut so gut garren reimer kapitel spitter wie keiner wenn ihr habt euch ich bin leider bannis reden von heirat aber muss jedes mal weiter beknete kommen die deiner habet ein älter ne dreier aber vielleicht geht euch das alles zu schnell für dich kurze pause aber ich bleib immer top feedback mit dem beat rap mit juni dafür wird gehackte energie wenn ich diese rymes drop und jetzt genießt die show doch lass deine pfoten und jetzt genießt die show doch lass deine pfoten Ey, die Frau ist toll. Die Frau ist richtig, richtig, richtig toll. Wer ist sie eigentlich? Sie heißt scheinbar Elif und ist eine Deutschrapperin und hat eine wahnsinnig tolle Stimme, wahnsinnig, wahnsinnig tolles Aussehen. Die hat eine richtig geile Ausstrahlung. Kann ich nur empfehlen, falls jemand irgendwie Musik hören will. Die so klingt, I guess. Ich weiß nicht, was sie sonst macht. Aber super Edition zu dem ganzen Song. Gute Stimme und Deutschrap geht in meinem Kopf bisher nicht zusammen. Ey, ganz ehrlich, da hast du direkt ein Beispiel für sowas. Ist das hier auch jemand Bekanntes, den ich wieder nicht... Diese, diese Frau, ist das auch irgendjemand, den ich kenne oder ähm... Junge, Junge, ist das eine Streamerin? Das ist eine Streamerin, okay. Ich streicheln, dann wird ich noch bleiben und du schaust ihr leider nur zu. Ja, sie will mir was beichten. Weil sie sieht mir so bekannt... Also, sie sieht so bekannt für mich aus. Ah, ich weiß, warum sie für mich so bekannt aussieht. Sie sieht aus wie ein amerikanischer Filmstar. Warte mal, wie hieß dieser amerikanische Filmstar nochmal? War das irgendwas mit Emma Stone? Nee, Emma... Ah... Enya hat schon oft mit Ju-Videos mitgemacht. Ah, okay. Nee, nicht Scarlett Johansson. Sie soll Bibi darst... Oh! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh! Das hab ich nicht gerafft! Ja, ihr will mich streicheln, dann wird ich noch bleiben und du schaust ihr leider nur zu. Ja, sie will mir was beichten, will nicht wie du heißen. Ja, das weiß jeder außer... Oh, shit! Das hab ich gar nicht gerafft! Aber das macht Sinn! Aua! Aua! Aua, aua, aua! Aua! Ganz großes Aua! Ich box wie Mike Tyson, du saugst wie ein Dyson und hast ein Julienko-Tattoo. Revi klaut Preise, weil er hat ja keine, sein Content einfach nicht so gut. Revi klaut Preise? Aua! Ein fieses Kalibur von einem P-Chart-Track. Auf repeat, immer wieder, es geht niemals weg. Doch ich spiele viel lieber mit meinem Easter Egg. Das ist auch so geil, einfach nur. Das sieht einfach so scheiße aus. Es ist einfach ein Banger, den kannst du dir auch einfach so zwischendurch am Tag anhören. Und das ist halt das Coole an vielen Julien-Songs. Die sind nicht einfach nur so hasch-hasch produziert, sondern die sind halt normale Songs. Die sind einfach reingeplatskern und das Haltungswasser aus dem Hahn einfach zu rein gemacht haben. Ich bin so scheiße drunk, man. Ja, dann saufen auch mehr. Und das auch, sag mal, wir feiern. Dass ich aufwärts dir. Zwölf Finger kommen, um deine Brude klein zu schlagen. Okay, elf. Kennt man die Leute auf dem Hintergrund wahrscheinlich nicht, oder? Oder man kennt sie und ich werde keinen einzigen davon erkennen. Wahrscheinlich sind es einfach nur Statisten. I don't know, man. Mauki, das ist eine Anspielung bei Revi nach dem letzten Diss von Ju in den Songs aus der Bohne. Es hat so der Mom von Ju und hat von ihr die Preise bekommen. Ah, I see. Einfach nur Statisten und sein Team. Ich bin so junger, denn Judas ist nicht eingeladen. Mann, ich chill mir meine heiligen Eier. Ihr feiert alle mein Geburtstag, wenn ihr Weihnachten feiert. Mein Flow ist göttlich wie mein Dad. Ich surfe ohne Blatt und burn. Mein ganzes Cash, ich gebe richtig Feuer. Mir ist nichts zu teuer, denn ich stopfe meine Jibis mit der Kirchensteuer. Seitdem ich tobe, bin ich doppelt so bekannt. Und ich pose oben ohne an dem Cross an deiner Wand. Und uns war, wer dich erkannt, hab ich die Dornenkrone an. Ich sage, reingeguckt durch das Loch in meiner Hand. Jeder weiß, wer der Coolste ist. Ey, der Coolste ist der Dude am Kruz. Ich bin's. Komm, Tracy, auf die Body. Dieses Jesus-Ding steht dem einfach nur gut, ne? Kann ich ja nichts anderes sagen. Also jetzt die Haare vielleicht nicht ganz so, aber irgendwie so dieses ganze Jesus-Ding steht dem schon wirklich sehr gut. Kann man nichts sagen. Es sind dieselben Leute, was? Es sind dieselben sechs Leute links und rechts? Im Ernst? Siehst du, nicht mal das raffig, weil ich einfach so krass gesichtsblind bin mittlerweile. Die Songs kommen qualitativ schon fast an Himmelblau ran. Aber nur fast. Ja, wirklich nur fast. Also Himmelblau ist natürlich... Ähm... Und Likey Likey. Likey Likey und Himmelblau sind halt schon wirklich die Krone der Song-Spitze. Krone... Krone... Die Krone der... Ja, irgendwie geht dieses Sprichwort. Ihr wisst schon. Der Nudelspruch aus Naruto. Krone der Schöpfung, wollte ich sagen. Genau. Genau, wo das wollte ich sagen. Ähm... Revi hat auch mal einen Preis bei einem Minecraft-Projekt geklaut. Die Krone der Spitze, ihr wisst schon. Warte mal. Wo war denn das? Ähm... Hier mit... Ach... Wo ist denn Mr. Gronk? War das hier? Ja, das war hier. Wenn ich es zu Ende bringe, werde ich in den Augen meiner Brüder noch mehr als Versager gelten. Geliebt werden zu wollen, das ist nichts als ein heißer Wunsch, an dem man am Ende doch nur verzweifelt. Ist das aus der Bibel? Nein, aus Naruto. Mein guter Freund, du bist auf einem ungesunden Pfad. Denn dein Stolz ist der Nährboden des Zorns, der dein Herz erhärtet. Mache dich frei davon. Und nur dann wirst du wahren Seelenfrieden erlangen. Ich danke Ihnen, Vater, dass Sie mir zugehört haben. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme. Ich habe nur noch eine letzte Bitte. Meine Bürde. Sie ist schwer geworden. Ich muss Sie hier verstecken. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Loda. Dieses Lächeln einfach. Ich kann nicht mehr. Ja, es ist ein fantastisches Video. Keine, keine Kritikpunkt. Kann keine Kritik äußern. Zu kurz. Zu kurz. 13 Minuten 55. Damit kann ich nicht leben. Ja, aber wir wurden ja schon geteasert hier ganz am Ende. Wo war das nochmal? Der Teaser? Ja. 17.09. Also in 13 Tagen kriegen wir nochmal was auf die Ohren. Und in 15 Tagen. Bis zum nächsten Mal.